Ja, ich weiß, aber wir hätten schäben können! Oh fuck, war das genau? Wir hätten nur seine fucking Armbus in uns hineinschieben müssen. Ja! So, Tür verriegelt, keiner kommt rein. Stars! Grizz! Ähm, BSA. Ah. Wie gesagt, Grizz? Ich scheine immer zu sein, schäben. Doch, dieser Duft kommt mir so bekannt vor. Das weiß ich so. Nein, das meine ich nicht. Ich wusste nicht, dass die Carrie, wo es mir bekannt vor kommt. Moment mal. Hä? Behind! BSA! Free! Ah! Wo ist... Josh? Genau, Josh ist allein. Jill? Und Jill ist nicht. Ja, ich war plötzlich hier. Wie? In instant transmission? Ja! Deine. Auch, auch, auch Dave. Und Jill. Und Jill. Oh, das ist jetzt nicht. Ich weiß Jill, wie? Wie heißt Jill? Der Harddrive-Kunzelverzug auf dem BAW-Experiment hatte ein Bild in dem namen. Die Bildung war von Chris' Freund. Ein Freund? Ja. Ein Freund! Und nicht mehr. Ein Mann, okay? Wie ist denn hier passiert? Ein löser Mensch, BSA! BSA, freeze! Oh shit, wir sind durchsichtig voll. Okay. Da ist er! Warum haben wir und Gegner in Cutscenes immer Badass-Mode activated? Ja, ist doch so! Weiß Cutscenes! Ja! Titten, titten! Toll, voll die man so aufbauen. Okay. Hey, das ist einfach nur effektiv. Zeit, Josh. So, release that guy. We are out-shared. Sims had clicked. Ey, du, nicht in diesem Ton. Okay, we seem to be fucked, habe ich das Gefühl. Nicht quatsch. Hahaha! Hey, wieso bin ich? Ich freue mich, das schon zu sehen, was hier passiert ist. Was ist denn hier? I'm coming, I'm coming! Oh, oh! Na ja, ich war, ich war voll umzingelt und dann, äh, wollte Typ ausholen, ich hab X gedrückt, hab mich gebückt und Geld aufgeschlagen und der hat daneben geschlagen. Das sah so geil aus! Oh! Oh, Kohle! Oh ok, oh wo? Uh, okay, warte, mir gaben irgendjen Plan. Ich hab's hier mal der還是 auf den kompet sait. Nö! Oh, hä! Oh, oh! Oh! Oh, hier, 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 hier! Oh, oh! Oh, Indimasani нет! Au! Hast du ihn nicht gesehen? Ne, ich war gerade beschäftigt. Wir sind um Single! Nicht mehr lange! Fuck, 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 er verletzt mich! Shut up! Okay. Nur mit dir gehe ich hier durch. Ja! Und natürlich mit Josh. Oh! Chill! Weißt du, wie Josh dich nicht ein... Chill? Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, wie Josh dich hier ab dich irgendwie kehrt. Warte fucker. Na gut, er muss hacken. Don't let your guard down. Er ist bereit, dass man mehr auf den herumdrehen kann. Hey Josh, hast du es gleich? Da ist doch ein Knopf open! Echt? Drückt den Knopf! Warte, was drückt der genau? Toll, ach, du hast mir eine E-Mail schreiben. Hey, Hanno, hier kommen wir mal. Du weißt, hier kommen auch die Lesthützes. Just cover me. Oh! Oh! Und hier kommen auch Rotzahnwechse. Das wird... Und... Mohammed Smith... Beilen. Ja, ich sehe noch keinen Taylor Schmidt. Vielleicht kommen die aus einem anderen. Ne, die kommen doch immer von hier. Oh! 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 komön! dinheiro sowas im stick! Hier sieht man nicht! Was ist denn da? Wo ist Tilo? Josh Harten Schuss abgegeben Laufschaus die nachgeladen nach einem Schuss oh scheiße ach du scheiße Niesbost immerhin ist doch schon nicht gestorben ich hoffe keiner von uns Oh danke Josh Josh Danke Josh Ich war in Trouble aber Josh aus dem Weg Töte sie Josh Josh Chris, Josh LB ist gar nicht nur so schlecht ehrlich gesagt wenn du am Arsch bist dann muss ich nur LB drücken und schießen Näh, ich weiß, ich weiß Ok Josh schnell Cheval, hurry up Das klappt sogar bei den anderen Steuerungen besser bei der Zielen und R schießen Du drückst dann einfach R und dann drückst du L dazu Äh, Granate, Granate... Hier, du bist der Crowdmaster Hier, du bist der Crowdmaster Oh fuck Toi, wir hatten die alle Platz im Lift mit der Kettensäge eingeschaltet Muss ziemlich schlimm gewesen sein Jetzt? Hier halten wir den Bastard ohne Mine auf Wir schlagen, ja wir schlagen Wache Wache, 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 wache Ja, wache Wache, wache Oh fuck! Bitte nicht, bitte nicht! Oh fuck, das war knapp. Thanks Josh. Dankeschön Josh. Schnell, lock die Tür! Also ich bin okay. Ich bin kein so ein Zweifer wie Chris. Okay. Ah ja. We'll go after Irving. Wenn Josh nicht heiß. Hä? Wenn Josh nicht heiß. Aber was hat? Ist ihm nicht ein bisschen heiß mit diesem... dem langen Am. Don't forget dinner. Alright. Pizza, like every day. Was?! Toll, wir haben... BSA Best-African-Bans-Pizza-Fritz. Ich wollte eigentlich irgendeinen Tag nennen, aber ich hab keine Ahnung. 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 Ich hab keine Ahnung, was der 8. März 2009 war. Ich hab keine Ahnung. Ach das ist der 8. März, ja? Ja. Ich hab ja erst gestillt am 9. Und da hier verg- vergeet er immer nicht noch etwa einen Tag. Okay. Kalender, Kalender. Kuck mich kurz mit dem Handy. Ich kann nicht einfach so zurückgehen, ne? Was ist das? So, der 8. März 2.9. Es ist ein Sonntag. Auf! Toll, BZ-Kantina geschlossen. Wozu fickst du hin? Zeugs einsam. So wie die Tino Schmitzes die Tür von innen zu halten. Da kommt Tino Schmitzes raus? Nein, nicht da. Da oben. Beim Obenhaus da oben. Um Köthe. Sie soll zu den Kötern... Nämlich steh den Berg. Und einer von den Tino Schmitzes so... Ruhh, 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 Ruhh. Ruhh, Tino, Tino. Ruhh, Tino. Ruhh, Tino, Tino. Ruhh, Tino, Tino. Jau! Tino Schmitzes! da war das nicht warte du und du kennst ihn doch gern ich hab von einem roberte gehört das war wirklich nur so kleiner sprung der irgendwie zwei meter weit war ok fuck komm troll ich hab diese stelle voll vergessen aus dem weg was machen wir jetzt warte siehst du schon ok das wird zufrieden wo hat das aber glück warte laut laut jaja josh überlebt war josh josh so josh 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 toll das ist der allererster an der vierte bis bei denen er nicht so gestorben echt wir haben das auf Pistol only Pro was sonst sind wir immer hier gestorben aber du hast bestimmt wir sind hier sehr oft gestorben sogar nicht mal bei Veteranen haben wir es überlebt glaube ich nicht nein also ich weiß wir sind hier immer gestorben bisher weil wir halt immer gekämpft haben so 7 wir haben gleich viele Gäner gekillt ja komm wie awesome wir sind krass und dann noch 3 7 na welche Zahl gehört davor 13 na wer hat am 13. Geburtstag ich ja und wer noch Martin Kessler also am März ja Martin Kessler und wer noch das ist mit Miles genau und wer noch Risi 5 oder was noch ja Alter was ist los mit uns keine Ahnung endlich läuft es mir gut die Zahl der gestorbenen Ding ist nicht zweistellig ja und wir haben weniger als eine Stunde gebraucht trotzdem C trotzdem C äh toll wie ich der einzige grad noch mit S war oh komm halt ich müssen ran Chris hey ich muss auch noch ahnen das zeigst du und was? don't know Jill for me uuuhhhh ach du hast immer nicht oh fuck jetzt scheiße die scheiß Schützen ja hier sterben wir